In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man mit Hilfe der Kettenregel komplexere Funktionen ableiten kann. In erster Reihe müssen wir klären, wann überhaupt diese Kettenregel benötigt wird. Naja, der Name verrät es schon, es handelt sich um verkettete Funktionen. Und zur Erinnerung, verkette Funktionen besitzen in der Regel eine innere und eine äußere Funktion. Diese Verkettung ist allerdings nicht immer so einfach zu erkennen, deshalb werden wir jetzt einen kurzen Blick auf alle wichtigen Funktionstypen werfen, die verkettet vorkommen können. Als erstes die ganzrationalen Funktionen. Hier solltet ihr in der Lage zu erkennen, dass diese innere Funktion 2x-5 ist, hier mit rot dargestellt, und die äußere Funktion die Klammermitte hoch 4 ist. So, ähnlich funktioniert es auch bei gebrochenen nationalen Funktionen. Hier habe ich den Anfangsterm ein bisschen umgeformt, typisch für die Ableitung. Und ihr seht, von Aufbau sieht das hintere Term jetzt genauso wie die Funktion davor aus. Das bedeutet, das was in der Klammer steht, 4x-2 ist wieder die innere und alles außenrum bildet die äußere Funktion. Ein weiterer Funktionstyp sind die Wurzelfunktionen. Zur Erinnerung, die Wurzel kann man immer auch als rationaler Exponent oder als Bruchhochzahl hinschreiben. Es ist in diesem Fall hoch 1,5. Und ich glaube, auch hier ganz gut erkennbar, 3x-6 ist die innere Funktion und die Klammer mit hoch 1,5 ist die äußere Funktion. Ein weiterer Funktionstyp, das sehr wichtig ist, sind natürlich die trigonometrischen Funktionen, Sinus und Cosinus. Hier eigentlich auch sehr leicht zu identifizieren, das was in Klammern steht. Mit rot ist die innere Funktion und außenrum Sinus ist die äußere Funktion. Bei der E-Funktion ist es natürlich fast genauso einfach. Die Hochzahl, in diesem Fall dieser 3x-1 bildet die innere Funktion und die E-Funktion selbst ist die äußere Funktion. Und zuletzt noch vielleicht die Logarithmus-Funktion. Hier ist meiner Meinung nach auch einfach zu erkennen, dass das, was in der Klammer steht, die innere Funktion ist und ln selbst die äußere Funktion. Nachdem wir jetzt in der Lage sind, eine vergettete Funktion zu erkennen, sollen wir uns als nächstes mit der Formel anfreunden. Dafür habe ich ein relativ einfaches Beispiel gewählt. Anhand der Farben könnt ihr auch problemlos erkennen, was innere und was äußere Funktion ist. Und bevor ich die tatsächliche Formel zeige, wollen wir uns das Ganze erstmal ein bisschen zusammenreiben. Also wortwörtlich lautet die Regel, die ich gleich anwenden werde. Die Ableitung einer verkehrten Funktion ist immer die Ableitung der äußeren Funktion mal die Ableitung der inneren Funktion. Oder wie hier abgekürzt, äußere Ableitung mal innere Ableitung. So, versuchen wir zu verstehen, was damit gemeint ist. Also wir leiten zuerst die äußere Funktion ab. Das bedeutet praktisch diese Hochzahl, diese hoch hier wird nach vorne zu der 3 gehen mit mal. Und dann am Ende kommt noch die innere Ableitung. Ausführlich geschrieben sieht das Ganze so aus. Also ihr seht hier, die 4 ist nach vorne gegangen, zu der 3. Natürlich müssen wir 1 abziehen, deshalb steht hier bei der Klammer nur hoch 3. Und jetzt zum Schluss müssen wir noch die innere Funktion ableiten. 2x-5 abgeleitet sind natürlich 2. Und das ist dann die Ableitung. Natürlich, in so einem Fall kann man auch das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen, werde ich jetzt auch noch machen. Die Zahlen außenrum kann man noch miteinander multiplizieren. Dann 3 mal 4 mal 2 sind natürlich 24. Und die Klammer bleibt dann unverändert. Also 2x-5 hoch 3. Für diejenigen von euch, die gerne eine Formel dafür, eine echte Formel dafür anwenden, sieht die Formel wie folgt aus. Also üblicherweise werden verkehrte Funktionen wie folgt dargestellt. u von v von x. Also wir können auch hier gut farbig erkennen. Wir haben einmal die grüne Funktion, das ist die äußere. Und die innere ist natürlich dieses v von x. Und die Regel für die Ableitung sieht dann so aus. u-Strich bedeutet, wir leiten die äußere Funktion ab und die innere, wie ihr seht, bleibt unverändert. Genauso wie in unserem Beispiel. Und am Ende noch die Ableitung der inneren Funktion. Übrigens nochmal am Rande, ob ihr jetzt äußere mal innere rechnet oder innere mal äußere, ist nur Geschmackssache. Das macht keinen Unterschied. Denkt aber danach, am Ende immer alles schön zusammenzufassen, wenn möglich. Und als nächstes mehr Beispielaufgaben. Wir werden jetzt diese Kettenregel auf alle Funktionstypen, die wir gerade gesehen haben, richtig anwenden. Bei der ersten Beispielaufgabe, ich hoffe gut erkennbar, die innere und die äußere. Ich werde, wie bereits erwähnt, wieder mit der äußeren Funktion anfangen. Das bedeutet, die 6 gehen nach vorne zu dieser 1,5. Und dann haben wir 1,5 mal 6. Dann wird die innere Funktion einfach übernommen. Und die neue Hochzahl ist auf 5. Dann kommt die Ableitung der inneren Funktion. 4x plus 1 abgeleitet sind natürlich 4. Am Ende noch ein bisschen zusammenfassen. 1,5 mal 6 sind 3. 3 mal 4 sind 12. Mal 4x plus 1 auf 5. Beispiel Nummer 2. Sieht dann so aus. Ich habe bereits die Funktion umgeformt. Also wenn unter dem Bruchstrich ein Term mit x ist, ist es immer vorteilhaft beim Ableiten erstmal nach oben zu ziehen. Und nach der Potenzregel, die bekannt sein sollten, ändert sich dadurch das Vorzeichen des Exponenten. Also auch hier können wir jetzt eine innere und eine äußere Funktion erkennen und leiten mit der gleichen Regel ab. Das bedeutet für uns, die Minus 3 kommt erstmal nach vorne. Dann habe ich Minus 3 mal 2 mal diese Klammer. 4x minus 2. Und aufpassen, wenn wir negativen Exponenten, wenn wir 1 abziehen, sind wir natürlich bei der Minus 4. Das war die äußere Ableitung. Jetzt kommt die innere. 4x minus 2 abgeleitet sind natürlich wieder 4. Zusammenfassen. Minus 3 mal 2 mal 4. Wir haben da Minus 6 mal 4 sind Minus 24. Und damit der Term ein bisschen schöner aussieht, können wir diese Klammer gerne auch wieder unter den Bruchstrich bringen. Und dadurch kriegt sie eine positive Hochzahl. Und das Ganze sieht deutlich mathematisch sauberer aus. In unserem dritten Beispiel haben wir eine trigonometrische Funktion, eine Sinusfunktion. Denkt bitte hier daran, dieser Klammer besitzt keine wirkliche Hochzahl. Es ist eher eine symbolische Klammer, die darauf hinweist, sozusagen, dass diese Funktion 2x minus Pi die innere Funktion ist. Deshalb, beim Ableiten, heißt das, wenn wir die äußere Funktion ableiten, also Sinus, ist das einfach abgeleitet nur Cosinus. Dann wird die innere Funktion abgeschrieben. Und dann wieder mal die innere Ableitung. 2x minus Pi abgeleitet sind 2. Und damit es ein bisschen schöner aussieht, können wir diese 2 noch vor dem Cosinus ziehen. Und dann haben wir 2 Cosinus von 2x minus Pi. In unserem vierten Beispiel habe ich eine E-Funktion ausgewählt. Hier tritt ein bisschen eine Besonderheit auf. Und zwar natürlich ist auch hier die Kettenregel, wie wir bereits geklärt haben, zuständig. Aber vergiss nicht, die äußere Funktion bei der E-Funktion ändert sich nicht beim Ableiten. Das bedeutet praktisch, wenn wir jetzt mit der äußeren Funktion anfangen, müssen wir nur die E-Funktion in voller Pracht und Glanz abschreiben, ohne was daran zu verändern. Also, das hier entspricht der äußeren Ableitung. Die E-Funktion bleibt immer gleich. Das ist eine Eigenschaft, die beim Ableiten der E-Funktion sehr nützlich ist. Und am Ende müssen wir nur noch die Hochzahl ableiten. 3x minus 1 abgeladet sind natürlich 3. Zusammengefasst sieht das Ganze dann so aus. 6e hoch 3x minus 1. Ein paar Beispiele habe ich noch. Als nächstes eine Wurzelfunktion. Die habe ich auch schon umgeschrieben. Als Klammer mit einer rationale oder Bruchhochzahl. Und auch hier können wir ganz normal die Kettenregel anwenden. Damit meine ich, 1,5 kommen nach vorne. Dann schreiben wir die Klammer ab. Und die neue Hochzahl, 1,5 minus 1, ist natürlich minus 1,5. Dieser Teil entspricht der äußeren Ableitung. Jetzt kommt mal die innere. 3x minus 6 abgeleitet sind natürlich 3. Das Ganze können wir auch ein bisschen sauberer schreiben. 3 mal 1,5 sind 3,5. Ich lasse die 3 oben und die 2 unter dem Bruchstrich, wo sie bereits ist. Und dazu bringe ich noch diese Klammer, die dann natürlich wieder eine positive Hochzahl bekommt. Also hoch 1,5. Und hoch 1,5 ist natürlich wieder die Wurzel. Also das Ganze kann man auch noch schöner darstellen. Indem man einfach diese Wurzel wieder benutzt. Das wäre dann die saubere Ableitung. Als nächstes noch so eine gemischte Funktion. Besser gesagt, man kann es auch als Funktion schar bezeichnen. Ich habe auch ein bisschen Parameter mit reingenommen, damit wir ein bisschen schwieriger sind zu steigern. Die Ableitung dieser Funktion ist auch nicht sonderlich komplizierter. Wir haben zwei Terme, die komplett verschieden voneinander sind. Deshalb können wir sie auch getrennt ableiten. Denkt daran bitte, dieser Parameter a wird wie eine Zahl behandelt. Das bedeutet, als erstes schreibe ich unverändert die i-Funktion ab. Und dann kommt es immer wieder mal die innere Ableitung. In diesem Fall minus a x abgeleitet sind natürlich minus a. Und genau das gleiche mache ich auch bei den zweiten Termen. Ich schreibe erstmal die Funktion ab. Und dann kommt wieder mal die innere Ableitung. x minus 7, allerdings abgeleitet sind 1. Natürlich kann man sich diese 1 auch sparen. Ich habe sie jetzt nur vorstehen ganz halber hingeschrieben. Also zusammengefasst sieht das Ganze so aus. Minus 1,5 a. Ich habe dieses a und das Minuszeichen noch nach vorne gezogen. e hoch minus a x. Und die hintere Funktion bleibt praktisch gleich. Da verändert sich gar nichts, weil die innere Ableitung 1 ist. Und als letztes noch eine Logarithmusfunktion. Wir haben bereits gesagt, ln ist die äußere Funktion. 2x minus 1 ist die innere Funktion. Wir fangen auch an dieser Stelle erstmal mit der äußeren Funktion an. Zur Erinnerung, die ln-Funktion abzuleiten, bedeutet einfach 1 durch die innere Funktion zu schreiben. In diesem Fall 1 durch 2x minus 1. Also, diese seltsame Schreibweise entspricht der äußeren Ableitung. Und dann kommt nochmal die innere Ableitung. 2x minus 1 abgeleitet sind natürlich 2. Damit können wir es noch ein bisschen zusammenfassen. 2 mal 1 sind 2. Dann haben wir 2 durch 2x minus 1. Zum Schluss noch ein paar wichtige Hinweise. In Zusammenhang mit den Kettenregeln gibt es noch das Ableiten von mehrfach verketteten Funktionen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was auch in den letzten Jahren häufiger in der Abiturprüfung vorgekommen ist. Und auch für Grundstudium für die Klausur eine wichtige Rolle spielt. Außerdem, natürlich gibt es noch die Grundlagen, Potenzfaktor, Summen, aber auch Produkt- und Quotientenregeln. Sehr wichtig für den Fall, dass es hier zu schnell ging, ist das Ableiten von trigonometrischen Funktionen, aber auch von der E-Funktion bzw. Logarithmus-Funktionen. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Vielen Dank.